so hier habe ich noch ein evoli was ich dann ungefähr unbedingt haben wollte logischerweise wichtig ist hierbei noch ich habe jetzt logischerweise nicht alle pokémons gezeigt sage ich jetzt mal die ich bekommen habe weil das irgendwo unsinnig dann das zwanzigste taub sie irgendwie aufzunehmen ist irgendwo ein bisschen quatsch deswegen immer nur wirklich diesen ja richtig coolen staff also ich habe da wirklich teilweise drei stunden video material also vom level her geht es auch relativ schnell ich bin mit level 12 gestartet habe dann kurzzeitig schnell danach auf level 13 gehabt und bin jetzt schon wieder hälfte vom level 13 das läuft also pokémons gibt es jede menge aber halt wie gesagt nur den normal stuff finde ich nicht so toll ja wie gesagt bis jetzt noch kein einziger bug richtig richtig nice kein umrennen hier dafür übernehme ich keine haftung hier mega nice die location und dann schauen wir mal ob es noch mehr gibt hier so jetzt probiere ich es nochmal rauch ist zwar so gut wie zu ende wie gesagt hat sich auf jeden fall gelohnt aber hier schaue ich jetzt gerade noch mal auf die möglichen ja ein pikachu es läuft bei mir es läuft bei mir ich gucke mal dass ich es kriege ja pikachu gegönnt auf jeden fall also an diesem spot hier an dieser brücke habe ich das pikachu bekommen richtig nice auf jeden fall das hat sich dann heute auf jeden fall gelohnt richtig extrem und ja ein paar evulis noch am stab nice auf jeden fall also richtig gegönnt heute wo was ja ich habe ihn gerade gekriegt welches welches wie viel ich hatte 55 ja dann bist du schon um einiges weiter welches level bist du ja ich bin 17 hardcore suchter nicht normal ich bin level 13 ne aber pikachu habe ich jetzt zuvor noch gar nicht gehabt und das ist natürlich ziemlich geil ja ich habe ihn schon mehrmals gesehen und er ist mir schon zweimal abgehauen ich habe dann gleich Himbeere gedroppt und ich habe die Bälle verballert jetzt gerade ohne hast du so viel ich gar nicht das könnte hier die brücke sein die brücke treppe schrägstrich was auch immer also wie gesagt hier habe ich das pikachu bekommen und ich hoffe ich kriege hier dieses aquana oder was das auch ist das passt hier alles zueinander ich würde fast von der location tippen dass das hier ist weil ich hier jetzt mitten im wasser angeblich bin ist natürlich richtig gut obwohl ich natürlich nicht im wasser laufe da muss ich jetzt doch irgendwas kriegen hier was richtig nach wasser pokemon aussieht oder ich gehe mal noch dichter rein also mehr im wasser kann man sich ja nicht befinden holy shit ich hoffe ich kriegs nicht aufs maul packen wird es nass du seht ihr es jetzt mal also mehr im wasser geht gar nicht wasser 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 überall wasser und ich hoffe mal ich krieg hier was nebenbei gucken wir natürlich mal was unser inkubator macht 3,3 kilometer naja ich habe keinen rauch mehr ich hätte so gerne noch einen rauch das wäre richtig nice noch eine sache nicht in eigener sache wie soll ich sagen aber ihr seht jetzt hier gerade selber ich habe zwei bananen gefuttert habe was getrunken nehmt das zeug einfach mit weil wirklich jetzt jetzt ohne witz niemand hat was gegen pokemon spieler die sich halt im freien aufhalten bloß wenn halt wirklich dann die ersten anfangen und sie sagen gut okay scheiß drauf ich lasse das alles liegen dann sagen die natürlich auch irgendwann ja die pokerspieler sind halt alles ein bisschen doofe leute und verschmutzen die umwelt haben wir gar keinen bock drauf und deswegen ja tut euch selber den gefallen und schont die umwelt ich muss echt sagen ich wurde auch wirklich noch nie irgendwie negativ sozusagen angequatscht so nach dem motto hier noch so einer oder sowas also so richtig negativ immer nur aus spaß oh ja auch ein suchti und sowas aber ja das ist ja absolut gar nicht wild aber dass jetzt einer gesagt hätte boah alter hör auf damit oder sowas ist bis jetzt noch nicht vorgekommen also das von daher ist die resonanz eigentlich wirklich gut so hier haben wir wieder ein pokestop der müsste irgendwo da in dem bereich sein können wir uns mal eine mauer immerhin hinbeere und zwei hochgebälde weiter geht's juhu noch ein eboli passt auf jeden fall macht mal richtig stress dann gibt da jetzt erstmal eine hinbeere junge gönn dir mann gönn dir so zack und ohne curved mal schauen das nächste eboli das ist cool auf jeden fall mal gucken ob es ein xl ist ja genau xl sogar noch das ist richtig nice ich laufe gerade an zwei frauen vorbei die ganze zeit läuft einer hinter mir und ich laufe an dem vorbei und höre nur wie der typ die beiden frauen anquatscht also ich sag jetzt mal der war 50 und die waren 40 oder sowas ja und total abblitzen lassen nein wir wollen kein drink ja läuft bei denen die wollten lieber ihre ruhe und die bei der ganzen pokémon sucht anzugucken so läuft das nämlich hier pokémon ist das nächste drink spendieren dann gehst du hin ja willst du trinken nee nee ich sag dir mal meine pokémon zeigen ja läuft auf jeden fall ja ja so ist hier guck mal architektur pur nice ja das wäre ziemlich geil hier wenn wir dieses pokémon noch kriegen würden ich meine mit mit dem einen pikachu heute ist das schon ziemlich ziemlich nice also das wäre schon ziemlich geil wenn es halt noch eins geben würde aber ansonsten wirklich bin ich mit der ausbeute auf jeden fall zufrieden ein rauch halt verballert was vollkommen okay ist das ging pokémon eigentlich ordentlich ab es kommt dichter wenn ich nicht ganz falsch sehe ich glaube es war zuvor nicht so dicht dran das wäre natürlich richtig 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 nice wäre der richtig gute abschluss für heute noch mal ein komplett neues pokémon zu fangen ja 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 es kommt immer dichter bitte wieder pokémon go ja auf jeden fall gibt es auch wieder gerade dabei ja 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 komm komm bitte ja ok ist gut gucken wir mal best egg of the world ja immerhin ja wollte bald oder das ist aber naja ok wp 11 so jetzt bitte gimme dat stuff also jetzt dichter kann ich ja nicht sein das wäre so episch muss ich mich hier echt so ein bisschen aufhalten dass ich das noch mir gönnen kann das wäre so geil schade ich habe kein rauch mehr und lockmodul geht nicht so ein mist echt komm ja ja hier hier komm wenn du jetzt rum springst dann komm doch bitte und spring mich an ich hab's ein buccano ist es so also himbeere ganz klar ja ja gönnen dir und dann gönnen wir uns natürlich einen super ball und ein paar mal curveball bleibt drinnen bleibt drinnen yes und kein bug und fucano richtig nice und geht auch eigentlich vom wp her 300 noch was glaube ich 433 richtig nice und sogar eine xl variante soweit vollkommen egal ich habe es geschafft sehr sehr geil sehr sehr geil also es war es auf jeden fall noch wert die paar prozente hat der akku auch noch richtig richtig nice und fucano das ist das kommen wir ja natürlich auch gut aber ganz ehrlich da bin ich zufrieden vollkommen wenn ich die jetzt nicht bekomme vollkommen okay also das passt ja wie gesagt fucano bekommen richtig richtig nice und jetzt hier noch irgendwie ein anderes ich weiß nicht wie es ist oh noch mal ein schicki ja läuft gönnen wir uns 11wp sollte eine easy sache werden hier kein einziges kein einziger bug heute richtig richtig nice ja die batterie geht fast leer aber wie gesagt das ist es mir wert bei fünf prozent würde ich dann ja hier habe ich es richtig nice ein manki noch ein manki gegönnt also pikachu ein fucano und ein manki richtig richtig krasser tageserlös also ich würde sagen der tag hat sich mehr als gelohnt jetzt sind wir alles abgegrast das soll es gewesen sein ich hoffe ihr hattet spaß haut mal rein jungs und girls ja 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 Ja, das wäre nicht so. Zwei Mercedes ineinander. Kein Thema. Yeah, da ist mein Kopf geholfen. Das ist ein guter Tagesabschluss, würde ich sagen. Haut mal rein.